So, da sind wir wieder. Ja, willkommen zurück. Oh, ich erspare euch allerdings jetzt mal, dass ich den Weg ein x-mal laufe und versehren uns direkt beim Taurus-Demon wieder. Bis gleich. Na, kommt euch das bekannt vor? Ja, wir sind wieder beim Taurus-Demon. Okay. Ich finde, meine Taktik hat letztes Mal ganz gut geklappt, dem Hin und Her, wenn. Ich versuche ein bisschen zu setzen. Oh, da kommt er. Da ist ein... War das ein Amulett oder was war das? Ja, so ein brennendes Ding, oder? Ja, das ist dann mit der Wand verschwunden. Keine Ahnung. So, und ich bin jetzt ebenfalls beim Nebel. Ich denke mal beim Taurus-Demon. Ja. Demon? Ich denke gerade erst da hoch, Kitton. Neben dir gleich ist ein Leiter. Mhm. Weil man muss den nicht zwingend machen, also man kann wirklich einfach weiterentwickeln. Aber den müssen wir jetzt gehören. Aber ich bin jetzt auf der Brücke. Den, welche Tipps du dir mir geben könntest. Ja, mach den ersten Schlag halt mit dem da hochrennen. Und dann, äh... Oh, jetzt werde ich hier vom Dach raus beschossen. Ja, die musst du erst kommen. Ja, kommen wir aber nie ran. Das ist doch die... Äh... Ich komme jetzt auch nie mehr zurück. Ich komme ja nicht hoch, da. Ja, das ist ja ein Leiter. Hm? Hier ist nur der Nebel, da komme ich nicht mehr zurück. Der Brücke daneben ist ein Leiter. Nein? Ah, da! Oh, mackt. Oh, nur noch ein Flask. Oh, ich bin tot. Ich kam nicht mehr hoch. Oh, nein. Oh, okay. Ich habe jetzt keinen Flask mehr übrig. Volle Aussicht, ja. Und hier sind wir wieder. Ja, ich erspare euch wieder mal den Weg. Den langen, beschwerlichen, langweiligen Weg. Bis gleich. Und ich habe jetzt mal ein Schild angelegt, das ist immer noch genau das. Wenn ich mit dem Schild locke, Okay. Verliere ich halt alle meine Ausdauer und dann werde ich nach hinten geschubst und kann nicht mehr angreifen. oder ausreuchen. Dann werden schon die ersten Flüche ausgespucken. Rennen, 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 rennen. Okay. Einmal habe ich. Alter. Und? Und? Äh, ich bin tot. Das Problem ist, ich kriege es nicht richtig getimt, weil der holt aus und dann weiche ich ihm im Prinzip aus, aber ich bin zu früh ausgewichen, sodass er dann einfach nachjustiert und mich halt kaputt haut, weißt du? Okay. Ich beende die Aufnahme hier erstmal. Ich hoffe, wir sehen uns mit einem toten Taurus-Demo vor den Füßen. Bis dahin, Freunde. Okay. Willkommen zurück. Es heißt Taurus-Demo auf die Fresse geben. Diesmal schaffst du es. Ja, mein Kollege Inseln hat es geschafft. Mit einem Dieb? Ja, mit einem Dieb. Dann sollte das mit einem Ritter ja wohl auch zu schaffen sein. Und da ist er schon. Zack, einmal. Kletter, 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 Kletter. Ich habe dich getroffen. Oh mein Gott. Das ist gar nicht gut. Oh, ich bin mir jetzt nicht sicher, was genau ich tun muss, um dich zu beschwören. Ich habe hier gerade den Fein meines Lebens. Hahaha. Die Bühne. Jawohl. Geschafft? Nee. Zweimal jetzt. Ich könnte eigentlich schon dreimal haben, aber ich habe vorher nicht getroffen. Ich habe mich nicht getroffen. Ich habe drei Flasks. Jawohl. Okay, ich renne wieder zurück. Boah, scheiße. Steh auf, mein Brot. Nein, ich bin tot. Ey. Er steht so spät auf und dann... Und... Ich werde jetzt einfach versuchen, dich auch zu summonen. Irgendwie. Mann ey. Irgendwie. Wie das geht's genau. Ich muss doch mal genau gucken, wie das jetzt hier im Options-Minü funktioniert, das Ganze, denn... Weißer Symbol, Speckstein. Ich habe irgendwas gelesen, dass du irgendwie eine Nachricht machen musst. Und dann geht das nicht. Ja, stopp. Ich glaube, ich weiß es gar nicht. So. Ich bin jetzt benutzer. Ich dachte mir, das geht nicht. Okay, dann muss ich ans Leuchtfeuer und Ausbildung umkehren. Möglichkeit darbietend Ausbildung umkehren. Na. Versuch's mal. Menschlich stillgestell erhalten, okay. Yay. Also, bin ich jetzt hässlich und du, äh... Freu mich nicht. Ja, ich bin immer noch hässlich. Du bist jetzt wieder hübsch. Wenn man zu... Ja, nur wenn ich diesen weißen Symbolstein benutzen will, dann will sie nicht. Will er nicht. Ja, du musst erst irgendwie eine Nachricht schreiben, habe ich... Warte. Das war's. So. Go right and down here. Talk to him twice and accept his proposal and you will acquire the white sign soapstone. Now you can place it and be ready for multiplayer. A lot of people seem to have a few... No, I'm not sure. Yeah. So far, von Keren, you do not need be hollowed to be summoned. You can be human and be summoned by another human. You cannot summon as a hollowed, though only be summoned. That will end the dice. Ja. So müsste das ja richtig sein. Aber was muss ich jetzt machen, um gerade dich auch zu rufen? Ja. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es wird immer angezeigt, wer reinkommen die. Und dann kannst du sagen ja oder nein. Und dann irgendwie... Ich weiß es nicht. Äh, ich kann ja hier nicht mal irgendwas machen zum... Äh... Rufen. Ja, versuch mal irgendwie eine Nachricht zu verfassen. Ja. Oder ich hab irgendwas gelesen mit Nachrichten machen und dann den Stein benutzen. Oder ich muss deine Nachricht dann finden oder sowas. Äh, ich bin jetzt hier ganz am Anfang beim Sterbestein, wo wir die ganze Zeit gestorben sind und jetzt so... Oder ich bin jetzt zurückgelaufen und hab da geretzt. Also bin da jetzt wieder. Äh... Komisch und dann kommt aber nichts. Äh... Irgendwie komisch. Ich such mal nochmal einen anderen Guide. Okay. Alter, ich werde jetzt am Taurus-Dämon vorbeirennen. Erstmal. Wir sind noch nicht fertig mit dem Penner. Ja, am besten wäre es jetzt, wenn wir erstmal rausfinden, dass ich mit dem Coop läuft. Denn das war ja von Anfang an so... Stimmt. Manchmal klappt es auch mit draufmoschen. Ein Lendentuch hab ich. Uhu. Alter, ich komm nichtmals mehr an ihm vorbei, ey. Ihr seid gestorben. Alter, der hat mich in zwei Schlägen direkt fertig gemacht, ey. Ich glaub es nicht. Ja, du könntest dir auch helfen, man ruggeln. Dann geht das eventuell als Schnür, dass wir da eine Lösung finden. Ja, ich... Ich hab grad ein bisschen Probleme mit meinem Stolz. Der verkrümelt sich nämlich gerade dank diesem Spiel. Zack, 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 bam, bam, bam. So geht das hier. Welches Level hast du denn, wenn du jetzt mal guckst, was denn digitale beschränkt worden ist? Ja, ich bin bei Level 12, eigentlich schon, aber ich weiß nicht, irgendwas war da mal mit 10% oder so, ey, warte mal, ich mach mal eben kurz die ersten Mobs hier weg, versuch dich dann mal, okay, das ist ja nicht genau am Feuer, ja, wie gesagt, es muss irgendwie möglich sein, dass du eine Nachricht setzt, ja, jetzt geht's, warte, ich muss hier, ich muss hier erst raus, ich mach eben die Mobs dort, Aua, fuck ey, so, geh mal, wenn du beim Feuer rauskommst, auf dem Turm, links, äh, ganz rechts, neben der Brücke, da sitze ich, das Ding, jetzt einfach mal hin, Ja, ich muss erst nochmal eben zurück Hab's jetzt hier gesetzt Oh Gott, das wird immer noch als die Bette, Uhr, 95 angezeigt Äh, wo hast du es gesetzt? Genau neben dem Turm, äh, wenn du rauskommst, also beim Respawn, dann ist er da, wo der Typ mit der Armbrust steht, genau da hab ich's gesetzt Okay, ich hab hier nichts Äh, dann versuch mal über GWFL irgendwie Geht da ja was Äh, ne, das hab ich auch schon probiert Oh, Gegner Ja, die musst du erstmal alle vier Platz machen Zum Spielen einladen ist doch ausgegraut Ja, weil das wahrscheinlich so nicht klappt Ah, warte mal, da vorne ist auch noch ein Ding Also genau auf diesem Turm hab ich das gelegt Da, wo der Feuer, der Typ mit der Armbrust stand Aber was hat das eigentlich den Unterschied, wenn man jetzt menschlich ist und nicht Das nicht Äh, das heißt, du bist hübsch und ich bin hässlich Ja gut, aber Da muss ja ein anderer Unterschied sein Also Beute Häufigkeit ist jetzt runter wieder auf 100 Das war vorher bei 150 Steht wieder gelobt sein, die Sonne Ah, jetzt sind wir eben auch wieder als Leuchtfeuer noch Ja, dann sind die Mucks wieder da Ja, äh Kannst du hier irgendwie doch mal setzen? Ja, Moment, wo soll ich sie denn setzen? Warte Tipps, schuldig Ja, dann machen wir Euch kommt da mal Ah, nur so Sauch Auf Naest